Hallo zusammen. Viele glauben ja, dass das erfolgreichste Projekt im aktuellen Bullenmarkt die Blockchain sein wird, die am schnellsten ist oder die am billigsten ist. Und das ist total verständlich, weil diese Idee ja auch super einfach zu verstehen ist. Aber wenn man sich mal die Sachen anschaut, die in den vergangenen Bullenmärkten das meiste Wachstum hatten, dann sind es nicht die Projekte gewesen, die irgendetwas Altes einfach nur schneller gemacht haben oder billiger. Im Gegenteil, die echten Innovationen waren am Anfang kompliziert, nur schwer zu verstehen und dabei waren immer die großen Innovationen erfolgreich, die etwas komplett Neues auf den Tisch gelegt haben, das es vorher noch nicht gab und dabei halt nicht nur so ein Einzelprodukt herausgebracht haben, sondern einen komplett neuen Markt aus dem Nichts erschaffen haben. Ich denke da vor allem an Ethereum im Jahr 2016 oder auch an den DeFi-Markt im Jahr 2018 und 2019. Und es sieht ganz danach aus, als sei Eigenlayer ein solches Projekt. Eigenlayer ist noch sehr, sehr neu und soll eine Lösung bieten für eines der größten Probleme im Kryptospace überhaupt. Und das ist die Frage, wie bekommt man zuverlässig Daten auf die Blockchain? Und dabei geht es vor allem um das Erschließen von riesigen neuen Märkten wie zum Beispiel dem Immobilienmarkt, dem Aktienmarkt oder auch dem ganzen Rohstoffhandel. Und es geht auch um das Thema Skalierung und um die Vernetzung von Krypto untereinander und auch nach außen. Also wenn Krypto eines Tages einmal eine ernstzunehmende Rolle bei ganz allgemein irgendwas überhaupt im Finanzsystem spielen möchte, dann ist es dieses Problem, das zur Zeit verhindert, dass das passiert und dass Krypto die richtig großen Märkte durchdringen wird. Und wenn das Problem nicht gelöst ist, dann wird Krypto niemals mehr sein als irgendein kleines Nischenprodukt. Und leider ist dieses Problem auch eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt, die es aktuell so gibt. Und bislang haben sich eigentlich fast alle daran die Zähne ausgebissen. Eigenlayer ist dabei so kompliziert und so schwer zu erklären, dass kaum einer wirklich in der Lage ist zu verstehen, wie es funktioniert und wo das wahre Potenzial liegt. Und übrigens ist das hier jetzt auch mein dritter Versuch, ein Video aufzunehmen und das Ganze zu erklären. Und das ändert sich aber gerade, weil sich die Anzeichen häufen, dass Eigenlayer in Kürze einen Airdrop plant. Und es sieht ganz so aus, als wenn das der größte Airdrop aller Zeiten im Kryptospace werden könnte. Eigenlayer ist nämlich sehr, sehr gut finanziert und hat damit auch das Potenzial, sowas durchzuziehen. Und Airdrops sind ja auch nur Marketingkampagnen, die auf Geschenken basieren. Und wenn man die erfolgreich durchziehen will, dann braucht man einfach Geld und zwar sehr, sehr viel davon. Und ob ein Projekt kompliziert ist zum Erklären oder nicht, das ist eh kein Kriterium. Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals wieder und wieder daran gescheitert bin, irgendwelchen Leuten Ethereum zu erklären vor dem Launch. Und das war einfach alles total theoretisch, alles nur technikchinesisch und keiner hat da irgendwas kapiert. Und inzwischen braucht man Ethereum eigentlich gar nicht mehr zu erklären. Was hilft, das ist, dass es einfach die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin ist, dass es von 25 Cent auf heute über 2000 Euro gestiegen ist und dass man mehr damit machen kann als mit Bitcoin. Aber all das wusste man ja damals noch nicht und alles, was man da erzählen konnte, das war Technik und natürlich auch das ganze Potenzial, das man darin sieht. Und das hat einem dann eh keiner so richtig geglaubt. Ja, und genau so fühlt sich das heute mit Eigenlayer an. Also worum geht es jetzt bei Eigenlayer? Und genau um diese Frage geht es jetzt in diesem Video. Und jetzt kommt erstmal technikchinesisch, weil konkrete Anwendungen, die gibt es eigentlich noch gar nicht auf Eigenlayer. Man kann es auch nicht ausprobieren, weil es einfach noch nichts gibt, was mit Eigenlayer läuft. Ihr braucht also jetzt ein bisschen Fantasie und ganz viel eigene Recherche, wenn ihr bei Eigenlayer eine gute Entscheidung treffen wollt, ob das Investment etwas für euch ist. Und wie man jetzt in Eigenlayer investieren kann, das ist auch tatsächlich leider noch so ein bisschen kompliziert. Und darüber mache ich dann ein zweites Video. Das wäre jetzt einfach zu viel für ein Video hier. Also wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das Video rauskommt. Ansonsten blende ich das hier oben ein und am Ende blende ich es auch nochmal ein, wenn das Video dann irgendwann fertig wird. Bei Eigenlayer geht es jetzt um die Sicherheitsgarantien, die Ethereum und auch so ganz allgemein Krypto überhaupt geben kann und wo da die Grenzen liegen. Mit Sicherheitsgarantien ist gemeint, wie viel Wert man ganz allgemein über Ethereum sicher aufbewahren kann. Also ganz einfach gesagt, wie viel können alle Anwendungen, alle Tokens und alle Assets insgesamt wert sein, bevor Ethereum zu klein ist, um das alles abzusichern. Und man kann sich also ganz leicht vorstellen, dass das einfach die absolute Grenze ist, wie groß Ethereum noch werden kann. Und das gilt natürlich eigentlich auch für jedes andere Krypto-Projekt da draußen, also auch für Bitcoin oder Solana oder Cardano. Und jedes einzelne dieser Projekte hat eine solche Obergrenze. Und ich würde jetzt mal grob sagen, dass Bitcoin da von allen auf Platz 1 liegt und dann kommt halt direkt Ethereum. Wobei Bitcoin vor allem auch deshalb so sicher ist, weil man einfach so wenig damit machen kann. Aber wie hoch ist diese Obergrenze eigentlich bei Ethereum genau? Und um dafür mal so ein Gefühl zu bekommen, ein Beispiel, würde man zum Beispiel Wetten auf Bundesliga-Ergebnisse auf Ethereum anbieten, dann wäre das vielleicht ein Markt von insgesamt, sagen wir mal so 100 Millionen Euro. Es ist jetzt natürlich nur geschätzt, kann mehr sein, kann weniger sein. Es ist ja nur ein Beispiel, ist jetzt egal. Aber gefühlt wäre Ethereum durchaus in der Lage, das abzusichern, weil der Markt global gesehen vergleichsweise eher klein ist. Anders wäre das aber zum Beispiel beim Aktienmarkt. Der ist mehrere Billionen von US-Dollar wert und den könnte man schon alleine deshalb nicht komplett auf Ethereum rüberholen, weil die Sicherheitsgarantien von Ethereum viel zu klein sind dafür. Die Obergrenze von Ethereum liegt also schon mal irgendwo zwischen ein paar hundert Millionen Dollar und ein paar Billionen Dollar als Obergrenze. Und das liegt jetzt natürlich ziemlich weit auseinander. Und wenn man das jetzt noch etwas genauer wissen will, dann könnte man sich mal hier auf DeFi-Lama das TVL von Ethereum anschauen, also die Liquidität von allen Projekten auf Ethereum insgesamt. Und da steht ein Wert von zurzeit 31.000 Milliarden US-Dollar, deren Sicherheit von Ethereum gewährleistet wird. Und wie macht Ethereum das jetzt ganz genau? Dazu gibt es die Validatoren, die jede Transaktion auf Ethereum prüfen, ob die korrekt ist oder ob die nicht korrekt ist. Und wenn eine Transaktion ungültig ist, also zum Beispiel, wenn ich Geld von jemand anders ausgeben will, dann verwerfen die Validatoren diese Transaktion. Ich habe also keine Chance, sowas in der Art zu tun, weil die Validatoren das garantieren. Und Validatoren, das sind übrigens Server, auf denen Ethereum-Software läuft, das sind also keine Leute. Und das jetzt also nur mal am Rande ist, also einfach eine Software, die von Leuten installiert wird. Und solange alle dieselbe Software haben oder zumindest eine Software einsetzen, die wenigstens exakt den gleichen Regeln folgt, dann kann da auch eigentlich nichts passieren. Aber was hindert jetzt die Validatoren daran, eine gefälschte Software zu installieren, die diesen Regeln nicht folgt? Und dazu müssen die Validatoren eine Sicherheit von 32 Ether hinterlegen. Und das nennt man dann Staking. Und das ist eben auch das gute alte Ethereum-Staking, das wir alle kennen. Und für diese Arbeit werden die Validatoren mit Staking-Rewards belohnt. Die liegen aktuell bei circa 4% im Jahr. Und wenn ein Validator versucht, dabei zu schummeln, dann verliert er seine Einlage von 32 Ether. Und das nennt man dann eben Slashing. Aktuell gibt es insgesamt 900.000 Validatoren und jeder einzelne davon hat also eine Sicherheit von 32 Ether hinterlegt, die weg sind, wenn er schummelt. Das heißt, die Sicherheitsgarantie von Ethereum besteht darin, dass 900.000 mal 32 Ether riskiert werden, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen auf Ethereum korrekt ausgeführt werden. Und man kann sagen, dass insgesamt also nach aktuellem Kurs 70 Milliarden das gesamte Ethereum-Netzwerk besichern. Und der gesicherte Wert liegt aktuell bei mindestens 31 Billionen US-Dollar. Also die TVL auf DeFi-Lama und sicherlich ist da noch nicht mal wirklich alles erfasst, was auf Ethereum läuft. Jetzt ist es aber so, dass die Sicherheitsgarantie von Ethereum nicht für alle Fälle gilt. Also wie zum Beispiel bei einer Versicherung gibt es Sachen, die Ethereum nicht absichert und auch nicht absichern kann. Und dann gibt es andere Sachen, die Ethereum eben absichert. Also ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen Token, der eine Tonne Uran repräsentiert. Und über den kann man sich dann eben Uran kaufen, indem man zum Beispiel den Token gegen eine Tonne echten Rohstoff, also echten Urans, eintauscht. Und jetzt glaubt ihr sicher, das gibt es nicht in echt und da liegt ihr leider echt falsch. Ich habe den Artikel, der übrigens nicht vom 1. April stammt, mal unten in die Beschreibung gepackt. Dabei kann Ethereum auf jeden Fall sicherstellen, wer wie viele Tokens hat und kann die Tokens sicher übertragen und die ganzen Kontostände überwachen. Aber es gibt ein paar Sachen, die kann Ethereum einfach nicht absichern. Unter anderem muss irgendwie ja jetzt der aktuelle Uranpreis auf die Blockchain. Und leider kann Ethereum selber nicht im Internet nachschauen, wo jetzt der aktuelle Preis so liegt. Und das liegt daran, dass sich alle Validatoren im Ethereum-Netzwerk darauf einigen müssten, welcher Preis der richtige ist. Also zum Beispiel von welcher Börse der kommt, in welchem Land und so weiter. Und außerdem kann es sein, dass die Information gefälscht oder manipuliert ist. Das ergibt letztendlich dann ein ziemlich kompliziertes Regelwerk, das auch ziemlich speziell auf den Uranmarkt zugeschnitten ist. Was man dann in jeden einzelnen Validator einprogrammieren müsste. Und dann kommt plötzlich Plutonium statt Uran und da funktioniert das vielleicht alles ein bisschen anders. Und man kann das also alles gar nicht aufnehmen in den Ethereum-Code. Die Software, die wäre dann einfach zu groß. Und folglich muss man irgendeinem vertrauen, der das alles für einen macht und den Preis eben auf die Blockchain schreibt. Oder man löst das Ganze eben dezentral. Und bei so einfachen Dingen wie zum Beispiel dem Bitcoin-Preis, da machen das Projekte wie Chainlink oder Pyth. Und die ermitteln den Preis dezentral und lösen etwaige Konflikte und Probleme mithilfe eines Konsensmechanismus, der auch Strafen vorsieht, wenn jemand versucht, etwas Falsches zu veröffentlichen. Diese Dienste, die nennt man dann Oracles. Ein Oracle, das bringt Daten von außen auf Ethereum. Und das heißt, Chainlink zum Beispiel ist spezialisiert auf einige wenige Daten, wie zum Beispiel Kryptopreise und ein paar Aktien oder so. Und dabei müssen alle Validatoren, die bei Chainlink oder bei Pyth Daten ermitteln und veröffentlichen, auch eine Sicherheit hinterlegen in Form von Tokens oder auch Stablecoins. Und wenn man dann versucht zu schummeln, dann verliert man da eben auch seine Einlage. Und da gibt es jetzt einfach ganz viele Probleme mit diesem System. Insbesondere die ganzen Oracles wie Chainlink oder Pyth, die sind einfach viel zu klein, um bestimmte Sachen abzusichern. Alle Oracles sind dabei also viel, viel kleiner als Ethereum und die Sicherheitsgarantien von Oracles sind einfach schon mal schwächer als bei Ethereum selber. Das heißt, die Obergrenze an Sicherheit von Ethereum ist die von Chainlink. Und da nützt es auch nichts, dass Ethereum eigentlich mehr Werte absichern kann. Würde man jetzt also zum Beispiel den Aktienmarkt über Chainlink zum Beispiel auf Ethereum bringen, dann geht das nicht, weil Chainlink nicht sicher genug ist. Auch wenn Ethereum das schaffen würde, wäre Chainlink dann einfach das Problem. Und selbst wenn Chainlink irgendwann einmal größer würde als Ethereum, dann nützt das auch nichts, weil dann Ethereum die Obergrenze wäre. Zudem müsste man sowohl bei Chainlink als auch bei Ethereum eine Sicherheit hinterlegen. Und das wäre dann eigentlich doppelt so viel, wie nötig wäre, weil ja Ethereum und Chainlink zwei komplett getrennte Systeme sind. Chanten müsste also 70 Milliarden an Sicherheit haben und Ethereum auch nochmal obendrauf. Und das ist einfach nicht kapitaleffizient. Und das wird mit jedem einzelnen Oracle, das jetzt dazu kommt, immer schlimmer. Und die Idee hinter Eigenlayer besteht darin, dass man stattdessen die gestakten Ether als Sicherheit verwendet, die bei Ethereum bereits gestaked sind. Immerhin gibt es aktuell 900.000 Validatoren bei Ethereum und jeder einzelne hat 32 Ether hinterlegt als Sicherheit. Wenn ein Validator falsche Transaktionen validiert, dann wird er bestraft. Und das nennt man dann eben Slashing und er verliert schlimmstenfalls seinen gesamten Stake. Das sind immerhin Ether im Wert von aktuell 80.000 Dollar. Man könnte also diese Sicherheit wiederverwenden, sozusagen recyceln, um weitere Dienste auf Ethereum zu holen. Bei Eigenlayer können Validatoren zusätzliche Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel den Uranpreis auf die Blockchain zu schreiben. Also eigentlich den Job eines Oracles. Dafür müssen sie ihre gestakten Ether, also die 32 Ether, die sie als Sicherheit bereits hinterlegt haben, für diese neuen Aufgaben ebenfalls erneut als Sicherheit hinterlegen. Also quasi nochmal staken und so garantieren, dass sie die Aufgaben richtig machen. Und diesen Vorgang, den nennt man Restaking. Und das ist ein ganz neues Narrativ, das aktuell bei vielen mehr und mehr auf den Radar kommt. Beim Restaking können Validatoren also mehr Aufgaben erledigen und bekommen dafür natürlich dann auch mehr Rewards. Das ist also schon mal eine Möglichkeit, mehr Staking-Rendite als die üblichen 4% zu bekommen. Auf diese Weise kann Ethereum dann also ganz neue Anwendungen unterstützen, indem die Validatoren mehr und mehr Aufgaben übernehmen. Ethereum könnte also quasi mit seinen Aufgaben wachsen. Und vor allem immer, wenn Ethereum neue Produkte hervorbringt, dann steigt ja auch der Wert von Ethereum und damit auch die Sicherheitsgarantie, die hinter Ethereum steckt. Und hier bei Eigenlayer selber finden sich sogar einige Beispiele dafür. Diese neuen Aufgaben, die heißen auch Actively Validated Services oder auch AVS oder AVS. Und die werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Und das können Oracles sein zum Beispiel, wie jetzt ich gerade in dem Beispiel eben gemacht habe. Und das können aber auch Bridges sein oder auch Sidechains oder Layer 2s. Und man merkt daran, was für ein weites Feld das Ganze ist und wie hoch da tatsächlich das Potenzial ist. Validatoren können also Aufgaben übernehmen. Aber das Schöne ist, sie müssen das nicht und können sich sogar aussuchen, ob sie eine Aufgabe machen wollen oder lieber anderen überlassen. Und das führt dann dazu, dass die AVS, die AVSs, sich bei den Validatoren tatsächlich bewerben müssen. Und das läuft dann eben über die Rewards, die sie auszahlen. Und nicht nur für Validatoren ist das spannend, auch Leute, die im Liquid Staking sind. Also all die, die bei Lido oder Rocket Pool etc. staken, die können ihre gestakten Ether auch restaken. Und das nennt man dann Liquid Restaking. Und auch da würden die Staker dann eben mehr Rewards bekommen. Den Technikkram, den würden dann eben die Staking Pools übernehmen, sodass man selber eigentlich gar nichts zusätzlich machen muss. Aber natürlich ist das dann auch mit mehr Risiko verbunden. Und wenn der Staking Pool, in dem man drin ist, die falschen Aufgaben übernimmt, dann verliert man eventuell sogar seine gesamte Staking Einlage. Das Ganze ist also auch noch nicht so richtig ausgereift und es gibt da noch einiges zu regeln. Vor allem wäre es ja wünschenswert, wenn man beim Liquid Staking selber aussuchen könnte, für welchen Actively Validated Service der Staking Pool meine Einlage als Sicherheit einsetzt. Und es gibt noch so einiges andere in dem Zusammenhang. Es ist aber auf jeden Fall möglich, dass jeder einzelne Actively Validated Service, also immer wenn ein neues Projekt Eigenlehr als Sicherheitsebene einsetzt, zum Beispiel wäre das jetzt ein neuer Markt oder eine neue Bridge oder eine Blockchain, dass dann dieses Projekt einen Airdrop machen könnte. Immerhin müssen neue Projekte erstmal Leute dazu bekommen, ihre gestakten Ether zu restaken, um deren Projekt dann auch abzusichern. Und die konkurrieren dann mit alteingesessenen Projekten, die mehr Sicherheit bieten und eventuell auch schon sattelfeste Renditen bringen. Mir scheint das also sehr, sehr logisch, dass Airdrops da ein sehr, sehr gutes Mittel sind. Man kann sich also sehr gut vorstellen, dass ein ganz neues Ökosystem entstehen wird und all die neuen Anwendungen werden dann eben die Möglichkeiten von Ethereum quasi zum Explodieren bringen. Und auf der anderen Seite ist Eigenlehr auch zur Zeit noch sehr, sehr umstritten, weil es viele Bedenken gibt. Allen voran gibt es hier einen kritischen Beitrag von Vitalik selber. Vitalik warnt einfach davor, den Konsensusmechanismus von Ethereum durch solche Dinge wie Raystaking zu überladen und die Sicherheitsgarantie von Ethereum dadurch aufzuweichen. Immerhin weiß niemand genau, wie hoch diese Garantie eigentlich wirklich ist. Die TVL auf DeFi-Lama war ja nur ein Minimalwert und da ist auch nicht wirklich alles erfasst, was es gibt auf Ethereum. Wie viel TVL Ethereum noch aufnehmen kann, das weiß man aktuell einfach noch gar nicht. Aber das wird sich ja dann auch womöglich durch ein konstantes Wachstum irgendwie selber regeln. Aber mit Restaking würde man dieses Wachstum in eine komplett andere Region katapultieren. Und außerdem wird es mit jeder neuen Aufgabe, die man den Validatoren gibt, schwieriger und teurer einen Validator zu betreiben. Und das führt dann letztendlich zu noch mehr Zentralisierung im Staking-Bereich. Und wenn man jetzt bei Ethereum mitmachen will und heute schon investieren will, dann ist das auch gar nicht so einfach. Es gibt tatsächlich noch keinen Token, den man kaufen könnte. Und wenn man selber einmal seine Ether restaken möchte, um mehr Rendite zu bekommen, dann geht das aktuell auch nicht, weil die Einlagen hier bei Eigenlayer pausiert sind. Das liegt daran, dass man auf die Bedenken der Ethereum-Entwickler Rücksicht nimmt und das neue System auch erstmal in Ruhe langsam wachsen lassen möchte. Was die Community allerdings seit kurzem in Aufregung versetzt, das ist diese Stelle hier in der Doku bei Eigenlayer. Da wird beschrieben, dass man aktuell von Eigenlayer Punkte bekommt, wenn man schon mal bei Eigenlayer mitmacht und zwar für jeden Tag, den man da drin ist und für jeden Ether, den man einlegt. Das heißt, es gibt zurzeit einige Leute, die jetzt schon diese Punkte ansammeln. Und seit es dieses Punktesystem gibt, wird über einen Airdrop spekuliert. Je mehr Punkte man ansammelt, desto mehr wird man dann wahrscheinlich von diesem Airdrop bekommen. Aber abgesehen davon, was man tun muss, um Punkte anzusammeln, liegen alle anderen Details vollkommen im Dunkeln. Weder ist ein Airdrop tatsächlich bestätigt, noch ist geklärt, ob es überhaupt einen Eigenlayer-Token geben wird und wozu der dann letztendlich überhaupt gebraucht wird. Und vor allem ist völlig unklar, ob der Token, wenn er denn überhaupt kommt, in irgendeiner Form auch an der Wertschöpfung bei Eigenlayer beteiligt sein wird oder ob das einfach nur wieder irgend so ein Governance-Token ist, der einem irgendwelche Voting Rights gibt. Und wann der Airdrop genau stattfinden soll, das weiß zurzeit eigentlich auch kein Mensch. Also wenn man da mitmachen will, dann geht man erstmal ein ganz schön großes Risiko ein. Immerhin stakt man seine Ether nicht nur bei Lido oder einem der anderen Anbieter, was ja an sich schon mal ein Risiko mit sich bringt. Zudem vertraut man auch die gestakten Ether dann Eigenlayer an und hat dann zusätzlich noch einen Smart Contract Risk und natürlich auch das Risiko von Slashing. Und Eigenlayer ist ja jetzt auch nicht wirklich eine erprobte Technologie, sondern sehr, sehr neu. Wenn man das dann also trotzdem machen will, und wie gesagt, es gibt viele, die das für den größten Airdrop aller Zeiten halten, dann gibt es ein paar sehr, sehr einfache Möglichkeiten. Und ich empfehle da mal bei Ether.fi oder bei Kelbdau vorbeizuschauen. Und die Links packe ich auch jetzt mal in die Videobeschreibung unten rein. Und ich empfehle euch, dass ihr euch da richtig gut einlässt, weil die ganze Nummer super riskant ist und es vollkommen unklar ist, was dabei wirklich an Wert rauskommt. Dazu mache ich dann aber auch nochmal ein separates Video, wo ich das genau erkläre, wie das geht und was da die Hintergründe sind. Für mich persönlich ist das Thema auf jeden Fall mega spannend. Und ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass ich bei meinen Videos über Say oder bei Celestia sehr, sehr zurückhaltend war, was meine eigene Investitionen anging. Und das ist jetzt bei Eigenlayer tatsächlich komplett anders. Eigenlayer fühlt sich für mich an wie ein Quantensprung, der Krypto bevorstehen könnte und etwas komplett Neues, das einen oder vielleicht sogar viele ganz neue Märkte aufmachen wird. Und unklar ist dabei aber, ob das mit Eigenlayer wirklich was wird. Und ich muss zugeben, dass die ganzen technischen und spieltheoretischen Details für mich selber einfach zu kompliziert sind, um das wirklich beurteilen zu können. Ich werde also jetzt auf jeden Fall alles dransetzen, in diesen Airdrop reinzukommen und auch Eigenlayer-Punkte zu sammeln. Aber ich schaue mir dann noch ganz genau an, wo ich jetzt meine Ether einlege und vor allem auch wie viele. Da ist, finde ich, schon gefragt, dass man das Ganze mal so optimiert, dass man möglichst viele Punkte sammelt und dabei aber auch möglichst wenig Ether riskiert. Und darüber mache ich dann eben mein nächstes Video. Und bis dahin erstmal alles Gute. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020